Jetzt sind sie mal umgezogen, aber so ist es locker geschnitten auf Ende. Jetzt muss ich erstmal die richtige Buschstation fällen. Wieder mal in Sete gelandet, wie letztes Jahr. Jetzt war geplant, da waren wir. Kostet 1,40 oder so, 15 Minuten, da bin ich da. Dafür bin ich von Girona bis hierhin. Einmal umsteigen musste ich an der französischen Grenze. Ist klar. Aber ich habe nicht mal bezahlt. Gerade das letzte Stück, wäre ich an Akte ausgestiegen, wie die Frau mir gesagt hat, wäre ich komplett umsonst gefahren. Aber genau das letzte Stück, kann man schon die zwei. Ja, musste 6 Euro zahlen, aber 6 Euro, normalerweise 56. Das ist schon 50 Euro mehr für die nächsten zwei Wochen. Da habe ich ungefähr 400, aber ich will eigentlich nicht mehr als 300 ausgehen. Am besten sogar nur 200. Mal schauen. Mal schauen, was denn da ist. 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 Mal schauen, was denn da ist.